Der BVB konnte im ersten Champions-League-Spiel der neuen Saison einen vermeintlich souveränen 3-0-Auswärtssieg bei Brügge einfahren, allerdings war das Ganze nicht ganz so überzeugend, wie es bei dem Ergebnis scheint. Warum das der Fall war und warum man es andererseits dennoch noch am Ende gewinnen konnte, zeige ich euch in diesem Video. Von der kundlegenden Herangehensweise hat man es genauso gemacht wie schon im Bundesligaspiel zuletzt gegen Heidenheim, nämlich ein Aufbau bestehend aus vier Spielern, eigentlich ist Sahin ja ein klarer Verfechter des 3-2-Aufbaus. Hier hat man es aber wieder so gemacht, die zwei Innenverteidiger und die zwei Sechser waren vor allem tief platziert und haben das Spiel da aufgezogen. Die Außenverteidiger sind beide hochgeschoben in der Breite, dann hattest du quasi drei Zehner, die sich immer wieder fallen ließen, mit Adeyemi links, Brandzentral und rechts Sabitzer und Mahlen dann vorne als Zielspieler, sag ich jetzt mal, auch wenn er die Rolle als klarer Neuner nicht ganz so gut ausfüllen konnte mit seinem Profil. Brügge hingegen hat aus einer Viererkette heraus agiert, hat das dann aber meistens zu einer Fünferkette gemacht, indem Sko Olsen, der rechte Flügel, sich etwas tiefer fallen ließ, um dann eben dementsprechend die Überladungen des BVBs gut zu kontern. Generell hatten sie eine sehr gute Defensivstruktur, das sieht man hier. Das war meistens dann eben ein 5-1-3-1, allerdings war man da auch relativ flexibel. Vor allem hat man es ganz gut geschafft, die Passwege zu schließen. Hinten hattest du wie gesagt fünf Spieler, um die Überladungen des BVBs aufzunehmen. Immer wieder haben sich auch die Halbverteidiger rausziehen lassen, um dann die Zehner aufzunehmen, wenn die sich fallen ließen. Da war aber auch der Sechser und Jedika sehr wichtig, der immer wieder da mitgegangen ist. Den Mann verfolgt hat. Die Dreierreihe davor hat dann vor allem die Passwege geschlossen. Du hattest da den zentralen Mann am zentralen Aufbauspieler. Meistens war es eine 3-1-Struktur beim BVB, in dem dann einer der Sechser abgekippt ist. So hattest du dann den zentralen Mann zugestellt. Auf den hatte auch der Stürmer, der vorne den zentralen Innenverteidiger angelaufen ist, seinen Deckungsschatten. Und die äußeren Spieler waren dann für die äußeren Aufbauspieler des BVB zuständig. Also da muss man auch mal dem Gegner Respekt zollen, die da sehr gut gegen den Ball gemacht haben. Was auch ein Grund ist, warum es auf Dortmunder Seite nicht ganz so gut aussah. Auch wenn das teilweise eigenes Verschulden war, aber dazu kommen wir gleich noch. Hin und wieder konnte man es dann über die Flügel ganz gut ausspielen. Aber im Zentrum hat es Brügge auf jeden Fall ganz gut verteidigt. Wie gesagt, hier sieht man auch nochmal Brügge ganz gut in der Defensivstruktur. Aber auch die 3 Zehner des BVB, die sich immer wieder fallen ließen und im Zentrum Anspielstationen angeboten haben. Auch wenn das meistens nicht ganz so gut funktioniert hat. Genauso haben sie aber auch eine Gefahr in die Tiefe dargestellt mit Läufen hinter die Kette von Brügge. Wenn die eben in einem Mittelfeldpressing wie hier waren, gab es auch diese Räume. Und du hattest hinten in der ersten Aufbaulinie sowohl mit Groß- als auch mit Schlotterbeck-Spielern, die gut darin sind, lange Bälle hinter die Abwehrkette zu spielen. Also da hatte der BVB schon durchaus verschiedene Varianten, wie man nach vorne kommen kann. Allerdings wurde man nicht allzu gefährlich in der ersten Halbzeit. Wenn wir jetzt mal hier noch schauen, da sieht man, dass Brügge auch sehr flexibel war. Nämlich Jollis, der meistens der linke Spieler dieser Dreierreihe vorne war. Hat sich dann auch mal fallen lassen, wenn Riason ganz hochgeschoben ist und da auf der Seite allein war. Da war man also sehr flexibel, konnte dann auch hin und wieder wie hier mit sechs Mann in der letzten Linie verteidigen. Hat das dann klar an die Positionierung der BVB-Spieler orientiert. Das sieht man auch hier wieder, da ist es ein 5-4-1. Jollis auf der linken Seite, da steht Brügge mal etwas tiefer. Und da muss man sagen, haben sie es auch sehr gut gemacht, haben da kaum Tiefe angeboten. Der BVB wiederum hatte viel ungefährlichen Ballbesitz, haben den Ball halt in den eigenen Reihen hin und her geschoben. Aber so wirklich Gefahr hat man nicht ausgestrahlt. Da hat so ein bisschen die Kreativität gefehlt, beziehungsweise auch die Laufwege. Einzig und allein Adeyemi war hin und wieder ganz gut. Hat mal die Tiefe attackiert, wie hier. Ist hinter die Abwehrreihe eingelaufen. Benze Baini bedient ihn ganz gut und er hat dann den Abschluss. Oder auch hier Brandov Adeyemi, der sich da wieder mit einem guten Laufweg davon stiehlt. Das allein, dass man vorne jetzt nicht die allzu größte Gefahr ausgestrahlt hat, wäre jetzt nicht allzu schlimm für die erste Halbzeit. Das Problem war, man hat das Spiel auch nicht so wirklich kontrolliert. Ja, du hattest viel Ballbesitz, aber es war halt eben auch eine sehr riskante Herangehensweise. Mit dem 3-1-Aufbau hinten, da das nicht unbedingt die beste Restverteidigung ist, wenn du da mal den Ball verlierst. Das war halt immer wieder der Fall, denn der BVB hatte auf dem Ball, musste dementsprechend auch hin und wieder Risiko eingehen, was die Pässe nach vorne angeht. Und dann hat es Brügge natürlich auch immer wieder gut verteidigt und hatte auch eine sehr gute Struktur, um dann eben ein gutes Konterspiel aufzuziehen. So hatte Brügge in der ersten Halbzeit auch mehr erwartete Tore, da man einfach immer wieder gefährlich umschalten konnte. Da hatte der BVB einfach nur vier Mann noch hinten in der Restabsicherung. Und Emre Can, einer davon, hatte wirklich eine katastrophale Vororientierung. Der ist meistens einfach draufgerannt, hat den Ball nicht bekommen, wurde überspielt. Dann hattest du nur noch vier Mann hinten. Pascal Groß ist ohnehin nicht der Schnellste. Und so konnte Brügge immer wieder Gefahr ausstrahlen. Gegen den Ball hatte der BVB ein klassisches 4-4-2 von der Struktur her. Hatte jetzt zu Beginn nicht den allerhöchsten Druck drauf, das sieht man hier. Aber man hat das Ganze dann intensiviert zur zweiten Halbzeit. Logisch, es stand weiterhin 0 zu 0 und man wollte hier logischerweise als Favorit das Spiel gewinnen. Dementsprechend ist man etwas höher angelaufen. 4-2-4 sieht man hier. Die zwei Sechser an den Achtern von Brügge. Vorne hattest du die zwei zentralen Anläufer, die für die Innenverteidiger zuständig waren. Aber auch immer den Sechser von Brügge im Rücken behalten haben, beziehungsweise im Deckungsschatten, dass der dann nicht frei angespielt wird. Und die Flügel dann jeweils an den Außenverteidigern, aber schon eher ins Zentrum orientiert, dass man auch immer ballnah relativ gut verschieben konnte und da den Druck drauf behalten konnte. Man muss aber auch hier sagen, Brügge hat es ganz gut gemacht, hat sich hin und wieder mal gut aus dem Druck befreit. Hatte keine allzu schlimmen Ballverluste, sofern ich mich richtig erinnere. Und so musste der BVB eher im eigenen Ballbesitz etwas ändern, um dann vorne gefährlich zu werden, wenn man selbst den Ball hatte. Das sah dann folgendermaßen aus, zur 60. Minute ungefähr hin. Schlotterbeck kam rein als Linksverteidiger, ist dann eingerückt zu einem klaren Dreieraufbau. Dann hattest du da einen 3-plus-2-Aufbau, ein Boxmittelfeld, wie man hier ganz gut sieht, mit zwei Zehnern vor den zwei Sechsern. Und vorne eben Girasi als klaren Zielspieler, der auch noch ganz wichtig wurde, zeige ich gleich noch. Und in der Breite sowohl rechts-rechtsverteidiger Riason, links hier in dem Fall noch Adeyemi. Später war es dann Beino Giddens, der ja auch noch eine sehr entscheidende Rolle einnehmen sollte. Weil ihm auch diese Rolle als Breitengeber auf der linken Seite sehr gut liegt, wenn er da eben immer wieder in einem 1-gegen-1-Duell gegen den gegnerischen Außenverteidiger isoliert wird. Und auch auf der Seite von Klub Brücke gab es eine kleine Anpassung. Da hattest du jetzt gegen den Ball ein 4-1-4-1-System. Klar hin und wieder haben die Flügel auch wieder die Außenverteidiger unterstützt, sich in die letzte Linie fallen lassen. Aber grundsätzlich hat man es dann mit einem 4-1-4-1 gespielt. Ich persönlich weiß nicht so ganz, wann diese Änderung vorgenommen wurde. Ich habe es erst bewusst hier wahrgenommen, als auch der BVB reagiert hat. Vielleicht war es auch eine Reaktion darauf, weil der BVB ja dann auch einen zusätzlichen Aufbauspieler hatte. Dementsprechend hatte Brücke dann auch einen Spieler mehr vorne, der Druck ausüben konnte. Aber unabhängig davon, warum Brücke diese Änderung vorgenommen hat, konnte der BVB diese andere Defensivstruktur deutlich besser ausnutzen und hin und wieder wie hier ganz gut manipulieren. Und auch später beim Tor. Hier zeige ich euch, wie grundsätzlich das Prinzip ist. Brücke steht hier im 4-1-4-1. Riason erhält hier rechts den Ball. Dementsprechend drückt der Linksverteidiger von Brücke nach vorne raus aus der Kette. Und der Sechser, in dem Fall in dem 4-1-4-1, hatte immer die Aufgabe, den Raum aufzufüllen, den ein Spieler verlassen hat. In dem Fall der Linksverteidiger. Daher lässt er sich fallen in den Raum auf der Linksverteidiger-Position, weil auch Adeyemi ihn mit sich mitzieht gewissermaßen. Und dementsprechend öffnet das den Sechserraum für den BVB komplett, in den sich Girasi fallen lässt, weil er den freien Raum erkennt. Verliert er dann zwar den Ball, aber so wird auf jeden Fall das Muster schon mal klar. Denn betrachten wir jetzt das 1-0 des BVB, das ja schon ein sehr wichtiges Tor auf jeden Fall war. Bei dem Spielverlauf Brücke hätte auch leicht und locker in Führung gehen können. Da ist es wieder Riason auf der rechten Seite, der Linksverteidiger von Brücke rückt raus. Dementsprechend lässt sich der Sechser fallen in die Abwehrreihe und öffnet wieder den Sechserraum. Brandt erkennt diesen, positioniert sich dort, bekommt den Ball von Riason, legt dann nochmal ab nach hinten auf Emre Can, der ein katastrophales Spiel macht, aber dennoch hier eine Vorlage bekommt. Da er eben rausspielt auf Giddens, ich glaube ich habe vorhin die ganze Zeit Beino Giddens gesagt, sorry dafür, heißt ja nur noch Giddens, da macht es auch der rechte Spieler von Brücke nicht ganz gut, schließt nicht nach hinten auf in die letzte Abwehrreihe und dementsprechend ist Giddens dort frei. Girasi macht es auch ganz gut, bewegt sich zum äußersten Abwehrspieler von Brücke hin, bindet den auch gewissermaßen, dadurch hat dann Giddens Platz, zieht nach innen und schließt ab zur 1 zu 0 Führung, die natürlich auch ein bisschen glücklich war, sowohl von dem Chancenverhältnis als auch vom Abschluss, der doppelt abgefälscht war. Dann hatte man natürlich die Führung im Rücken, Beino Giddens wird wieder außen angespielt, geht dann in den Strafraum gegen 1, 2, 3 Spieler und haut ihn einfach rein, das ist auch gewissermaßen ein Cheatcode, den kannst du da auf dem Flügel einspielen und er kreierte einfach Tore aus dem Nichts und so hat es der BVB dann weiterhin verwaltet, hat umgestellt auf ein 5-4-1, wie wir es hier sehen, Kuto kam als rechter Schienenspieler rein und man hatte nochmal eine Offensivaktion, Girasi holt den Elfmeter heraus nach einem Steckpass von Brand und verwandelt dann eben selbst zum 3 zu 0 Endstand. Ich werde in einem der kommenden Videos nochmal näher auf die Performance von Girasi eingehen, auch auf Szenen aus diesem Spiel und aus dem gegen Heidenheim, da so ein bisschen besprechen, warum er den BVB auf jeden Fall verstärkt, obwohl er bis jetzt noch nicht den größten Impact hatte, was Gower angeht, aber man sieht schon, dass so ein Spielertyp auf jeden Fall enorm wichtig ist und sich in den richtigen Räumen bewegt, aber mehr dazu dann in dem Video. Das soll es aber soweit zu dem Spiel gewesen sein, schreibt mir gerne mal eure Meinung zur Analyse, eure Erkenntnisse zum Spiel unten in die Kommentare. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!